so ich habe die tiefe erreicht jetzt bin ich mal gespannt wo bin ich wollen wir das nicht mit leitern direkt machen können wir dann haben wir gleich was ich habe meine axt gefunden wie zombies hast du fackeln? jo weil ich sehe und nehme mich gar nichts mehr das ist schon ein bisschen mobbing oder? findest du? das hat schön mit so viel fuel auf jeden fall es geht auf jeden fall auch ein bisschen einfacher da blüht mein herz richtig auf dann kloppen wir uns mal durch was für Geräusche nimm die steine mit vielleicht brauchen wir sie nochmal ja klar nimm ich die mit ich wollte nur machen wir jetzt der spezialweg tagsüber guck mal wo ich gehe wir haben einen kleinen ausblick in mein schlafzimmer warte mal da kann ich gleich was testen das ist ne geisterbahn warte mal da teste ich gleich mal was kannst du mal ne fackel gleich legen? naja 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 ja 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 ich lass dich träumen ja das kriege ich dann noch besser gehen die kaputt? ja die gehen kaputt kannst du ne fackel legen gleich? nein ich bin jetzt traurig dass meine fenster kaputzen ok so jetzt hängt da einer in die luft ok oh mein auger ist schon wieder leer aber wir haben ja genug schaprit ja so weit ist der weg eigentlich auch gar nicht ne eigentlich nicht oh schön wie bei mir spackt der sound gerade das heißt ich kann mal reden dass ich mich selber verstehe scheiße jetzt hat es wieder angefangen aber man muss einfach länger gedrückt halten dann hört das auf einmal auf oh sehr schön ich hab auch ne idee du sammelst einfach steine auf dann kommt der sound gar nicht das mache ich nämlich gerade super schön soll ich doch was lustiges erzählen ich glaube irgendwie verliert der auge auf wenn du steine aufnimmst keine ich wollte schon sagen was verliert er denn? schön ohne sound ist das echt schön ne? ja aber ein bisschen komisch oder? ja der macht das du bist so voll am arbeiten da und äh das ist der silence auge ja das regt mir noch ein bisschen auf ich will noch mal gucken ob ich es hinkriege dass das ein bisschen ordentlich aussieht ich glaube ich muss einfach nur in mein schlafzimmer gehen und dort mal ein bisschen was umsortieren ja ich find's sonst blöd boah kannst du noch mal ne fackel sägen ich seh wieder nichts aber ich krieg das nicht hin mit dem fenster ja ich wollte mir nur noch ein bisschen fuel mehr holen oh ok ich hab noch 8 aber das passt ich hab ja noch mal angst ich verliere was du verlierst was? ja ich hab immer angst davor du hast angst davor wir sind fast am grünland angekommen ach die ist ja auch super platziert also irgendwie mit dem platzieren das läuft heute nicht so oh es ist dunkel ich seh nichts mehr ok die ist doch besser platziert ja doch das ist oh auf einmal fängt er wieder an zu bohren und dann hört er wieder auf zu bohren boah sind die viele steine aber die brauchen wir ja für unsere kuppel auf jeden fall ich würd sagen wir machen die feuer in stein die kuppel und dann tun wir ein konkret stahlbeton da drum weißt du so ne doppelt dass die doppelt eingeschalt ist ok den dann da drunter machen praktisch dann als verstärkung genau so ich muss mal was essen wird wieder kalt und kannst du nochmal ne fackel setzen ich komm hier echt gut voran natürlich mach ich das für dich dankeschön oh mein auger ist schon wieder empty dankeschön noch eine stunde dann können wir sogar wieder hoch gehen ich würd sagen dann bauen wir oben weiter ja dann bauen wir da genau weil unten können wir in der Nacht bauen oh sorry ich bin tot ne auger one hit unglaublich habt ihr das gesehen einmal angetickt ok das ist auch realistisch wenn man so nen Bohrer in den Rücken kriegt es tut mir leid es tut mir leid ich komme ich komme schnell es liegt doch alles hier button smashing erstmal vom feinsten so hammer end dass der auger soviel schaden macht ne so ich geh jetzt erstmal ein paar Meter nach hinten und ja ohne die torschen muss man mitnehmen es tut mir unendlich leid so jetzt sortier ich erstmal kein Problem ich bin's gewohnt zu sterben du bist es gewohnt von dem äh von dem kranken getötet zu werden ohja kannst du nochmal ne fackel nein nein lass mich in Ruhe ja solange ne ähm ich deabonniere dich danke da hast du dein Abo direkt wieder verdient ich leg's jetzt auch nur noch Steine hin ne ja auch es ist gleich 7 Uhr ich geh an die Front nach oben gehst du an die Front? an die Front nach oben ich auch boah ist ein ganz schöner Weg es ist ein Weg dieser Weg wird kein leichter sein hier ist Abkürzung ah ne geht nicht ähm wieviel Kobbels habe ich eigentlich jetzt in the Tesh in the Tesh zweimal 64 man könnte ja schon mal den Umriss von der Kuppel machen ja ich würde sagen wir machen erstmal unser Haus fertig oder? oder so ich will uns noch ne Terrasse machen unten ne Terrasse? ne Terrasse mit Stein kühl kühl wie ein Schrank kühl wie ein Schrank das schweigen der Lämmer solange waren wir noch nie still gewesen aua nach kühl wie ein Schrank geht doch nicht viel ne das alles kann ich nicht so sagen warum sieht deine Treppe denn jetzt so aus? die sah fuhr ja voll verbuggt aus komisch sieht die besser aus jetzt? ja die hat sich gesetzt wir mussten nur mal rausgehen auch vom Server dann wieder reingehen auf den Server und schon ist das alles in Ordnung das baut sich praktisch von alleine alles ach ist doch alles das ist doch ach komm schon was denn? ach hier wieder die gleiche Scheiße ich krieg die Treppen nicht gesetzt richtig gibst du da nen Trick bei? das ist die Frage ja ich merk das schon kannst du die vielleicht mit irgendeiner Taste umdrehen? ne eigentlich nicht glaub ich nicht also das wär echt krank ach das wollte ich doch gar nicht mach ich jetzt erstmal hier den Boden von der Treppe wir müssen auch noch gucken wie man Zäune macht Zäune? ja ich hab gern so um die Terrasse oben und hier noch einen Zaun ja das ist schon schön damit man nicht so runterfällt könnte man eventuell machen also auf jeden Fall nicht so oft muss ich mal gucken wie ich das hier mach mit den ach so bot was ist doch echt zum ich sag's nochmal es ist zum Kocken und damit schließt sich der Kreis schon wieder ja gibt's nicht ey also wenn ich wenn ich morgen wenn ich morgen nicht mehr online komm hab ich mir aus dem Fenster gestür... ah ich hab's du hast dich auf dem Fenster gekockt genau kockst du noch oder äh scheiße jetzt weiß ich schon wieder nicht was ich sagen wollte jetzt hab ich die Treppe hingekriegt das ist unglaublich Wahnsinn dann dürfte ich doch theoretischerweise die so machen können ha ha es ist falsch kann man bitte mal einer sagen wenn man diese scheiß Treppen baut dass sie andersrum sind vielleicht doch gar nicht das muss gehen eigentlich schon ja so bei Minecraft musstest du aua relativ wir haben jetzt eine Terrasse sehr schön die noch ziemlich bescheiden aussieht aber das wird noch so und ja unsere Wohnung sieht auch noch relativ leer aus ja ich weiß echt nicht das muss das ist echt wie mach ich das warum hast du hier eigentlich rechts eine ein Block freigelassen ähm kommt da die Geheimtruhe hin da kommt weiß ich nicht irgendwas anderes wie mach ich das wie mach ich das ich versuch das jetzt mal so ich baue hier ein Dingens hin und was ist dann wenn ich denn jetzt da ein Dings dran setz das ist das ne warte mal du musst einfach so jetzt kommt der Meister danke das war mit Absicht ich wäre fast jetzt gestorben ich bin ja nämlich schon des öfteren runtergefallen dauer mir ein paar Pillen rein dann geht das wieder dann fängt das ganze wieder an zu rollen hm wenn du was hinkrissen dann kündige ich ich wollte hier aber andersrum hm zu mir hin oder was aufm Kopf aufm Kopf warte mal das heißt praktisch wir müssten dann hier oben den Block haben mhm und müssten dann versuchen den Block von unten dran zu setzen yo du bist der Killer ohne Witz ich versuch's mal mach mal den unteren weg oh das war meine Axt ok der hält dann in der Luft das heißt wir müssen doch du musst einen da einsetzen einen drüber einen drüber und einen ja warte ich mach uns mal hier so ein Baugerüst das müssen wir nachher nur entfernen das gibt's nicht ich bin auch wichtig ja ich weiß schon wie ich die Folge nenn Hausbau für Fortgeschrittene ne Giraffe V2 weißt du Giraffe V2 da war der Hammer ne die Giraffe die Giraffe da müsste man denn so und jetzt eigentlich DAS IST DOCH NICHT WAHR Tja ja ach ich bin schon du glaubst es nicht ich bin runtergefallen ne und mein Lebensbalken der ist voller als überhaupt geht wie hab ich denn jetzt die Treppe hast du gehört? voller wie es überhaupt geht ja der geht unten aus dem aus dem Bildschirm raus der Lebensbalken weißt du der ist voller als überhaupt geht vom runterfallen oh man ne das funktioniert nicht vor allem ich krieg kein Schaden mehr jetzt ist er wieder normal scheiße das funktioniert nicht das muss das muss gehen dann machen wir halt normal wir müssen normal machen so warte mal ich ne mein Auge außer uns kann jemand vom Gegenteil überzeugen dass es geht oh so gehts auch so dann dann machen wir erstmal ein Grundgerüst würd ich sagen das heißt ähm ne hier doch so 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 nein ich wollte doch schon einen weiter weißt du dass man die dass man die so setzt hab ich nicht noch Eisen? hier na es ist doch zum ach ich hab viel dabei sehr schön ach das fragt mich nicht warum ich lach ich glaub das Dach wird uns vor Probleme stellen ja schon wieder lad auf endlich nach jetzt hab ich den Trick der Triggers scheiße ja vor allen Dingen müssen wir doch hier jetzt das Dachgeschoss auch erstmal noch ein bisschen nach oben bauen oder warum hier schon direkt anfangen direkt hier schon anfangen jetzt hab ichs ich habs glaub ich wenn ich das jetzt hab ne dann das ist doch ich habs jetzt kann ich das Dach eigentlich so weiter ziehen ja geht siehste ok dann lass ich dich mal ich hab nen Baum in da face scheiße shitface shitface ok ich glaub ich hab den Dreh raus ok scheiße ich hab Baum im Gesicht geh weg Baum vor allem schlag ich gegen den Baum und der Baum wird größer nee und ich werd vom Baum erschlagen das gibt's nicht boah war das knapp die Frage ist schaff ichs noch irgendwo Sand zu holen äh ich weiß nicht wie weit ist die Wüste weg äh kannst du mir mal erklären wieso jetzt alles was ich gerade gebaut hab verschwunden ist runtergefallen es ist einfach weg es könnte runtergefallen sein trotzdem sehr dubios ja dann sollte man vorher diese Reihe hier machen damit das auch hält ja oh man ey und ich hol mal Sand damit wir wenigstens Fenster machen können so jetzt müsste es ja eigentlich gehen wenn ich dann so mach so dann dürfte das eigentlich nicht runterfallen und wenn es das tut müssen wir aua Stützen bauen Stützen Stützen ist gut Stützen 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 stützt du noch oder stützt du schon naja 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 glaub ich überhaupt in die richtige Richtung jo na den Hasen lass ich mal laufen den Hasen lass ich auch laufen oh du bist ja heute richtig freundlich zu den Hasen ja schön Sand dann kann man ja echt mal freundlich sein weil wenn man Sand will dann ja oder ja doch klar auf jeden Fall viel größere Priorität als irgendwelche du glaubst es nicht ich hab fast eine Reihe fertig was du eigentlich ich hab eine Reihe fertig DIRT 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 jetzt muss ich schon wieder an das Gesicht mich erinnern oh der geil ne oh ja ich seh grad auch für Zeit es ist Zeit für einen Break ist es schon wieder soweit es ist schon wieder soweit 31 36 ok ok Freunde dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge in alter Frische haut rein Leute und tschau tschüß